Während eines Klassenausflugs öffnet sich ein Zeitportal, durch das der Schüler Vitya versehentlich ins Mittelalter befördert wird. Der Junge landet mitten in einem entscheidenden Kampf zwischen Gut und Böse, wo er mithilfe eines geheimnisvollen Steins gegen schwarze Magie und eine übermächtige Armee antreten muss, die von einem riesigen Steinmonster angeführt wird. Nur der Mut und die Tapferkeit des Schülers werden entscheiden, ob das Licht über die Dunkelheit siegen wird und die Zukunft, wie er sie kennt, gerettet werden kann. Das Portal Eine Reise durch die Zeit ist eine ukrainische Produktion aus dem Jahre 2017 mit einer Lauflänge von ca. 111 Minuten und einer Freigabe ab 12 Jahren. Und man merkt es auch, dass der Film an ein eher jüngeres Publikum gerichtet ist, denn seine Erzählstruktur ist schlicht gehalten, einfach gehalten, genauso wie die Dialoge, denen kann man sehr gut folgen. Die Message ist einfach, aber genauso klar, man muss sich seinen Ängsten stellen und nicht zu lange der Vergangenheit nachtrauern. Und auch die Kampfszenen sind zwar toll choreografiert, aber etwas blutleer gehalten. Einen Augenzwinkern bereiten uns natürlich ein paar Szenen im Film, wenn wir z.B. auf die Lauflänge oder Stärke seines Akkus gucken, von seinem Handy das schier endlos zu sein scheint. Also so einen Akku hätte ich auch ganz gerne. Oder als er durch dieses Portal eben ins Mittelalter zurück katapultiert wird und ihm dann erstmal alle Stunden lang angucken, anstatt gleich zu schreien auf ihn mit Gebrüll, schnappt ihn. Das nehmen wir selbstverständlich mit einem Schmunzeln hin und hinterfragen auch nicht alles, wenn es denn um so einen Jugend-Fantasy-Film geht. Aber auch ältere Herrschaften wie ich z.B. werden ihren Spaß oder Gefallen an dem Film haben, denn der Film bietet gute, sympathische Schauspieler, tolle, epische Landschaftaufnahmen und Kamerafahrten. Also hier geht es mal von unten nach oben, dann über Berge, dann in Slowmotion. Das Ganze wird auch mit einem fantastischen Score untermalt, der ebenfalls episch und sehr emotional vor allem zum Schluss hin überklingt. Wir haben ein großes Plus hier, was die Russen und Ukraine zuletzt schon mehrfach unter Beweis gestellt haben, nämlich die Spezialeffekte. Das ist bei so einem Fantasy-Epos oder Spektakel, neben der Story und den Schauspielern, natürlich das Wichtigste. Das Ganze muss glaubhaft rüberkommen und so haben wir richtig tolle Spezialeffekte bei einem sehr geringen Budget. Also das braucht sich hinter diversen Hollywood-Produktionen nicht zu verstecken. Du hast zu keiner Zeit das Gefühl, du hast hier einen Film vor dir, irgendwelche billigen Kulissen oder Greenscreen, wo das Ganze davor gespielt wird. Nein, du hast echt das Gefühl, du bist mittendrin statt nur dabei. Das Ganze verschmelzt eben mit den tollen Kulissen und den authentisch wirkenden Kostümen. Also das macht definitiv Spaß für alle Leute geeignet, die zum Beispiel Spaß auch haben bei die Chroniken von Narnia, jetzt ohne irgendwelche Fabelwesen hier, aber eben mit Kindercharakter in der Hauptrolle, kein Problem haben. Genauso könnte man jetzt hier auch die Reise zum Magischen Berg anführen. Da kriegt man, denke ich mal, so ein bisschen das Gespür für, wie der Film denn im Ganzen so auf einem wirkt. Also wenn ihr da Spaß habt an solchen Filmen, dann gebt den Film definitiv mal eine Chance. Einen Link zum Trailer findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso einen Link zum Kaufen, denn ab dem 12.02. ist der Film in den Läden. Wir haben allerdings Lockdown, also wird es wahrscheinlich schwierig werden, das Ganze beim Mediamarkt oder Saturn im Markt vor Ort zu kaufen. Deswegen lohnt es sich wie immer, hier mal bei Cape Light und im eigenen Shop nachzugucken. Wie gesagt, einen Link dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung und das soll es dann auch gewesen sein mit meiner kurzen Filmkritik. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nicht nur, ja, wann ich wieder das nächste Video rausbringe, sondern ihr verpasst es auch nicht, wenn ich mal wieder online gehe, live, live streaming, extra neues Setting aufgebaut. Ihr seht es hier und das ist in letzter Zeit immer ein bisschen spontan. Deswegen lohnt es sich, die Glocke aktiviert zu haben, denn dann bekommt ihr eine Notification. In diesem Sinne soll es das von mir heute gewesen sein. Meine Freunde, danke fürs Zugucken. Bleibt gesund, auf bald und Servus.